Wichtige Items, die man immer dabei haben sollte. Eine Feuer- und eine Eiswaffe. Mit diesen Waffen hat man nämlich die Möglichkeit, sich zu wärmen oder sich zu kühlen, je nachdem, wo man gerade ist. Außerdem kann man mit der Feuerwaffe auch noch Fackeln entfachen und auch ein Lagerfeuer errichten, sodass man die Zeit umstellen kann. Elementarwaffen könnt ihr zum Beispiel in der Arena finden, je nachdem, wie weit ihr im Spiel seid. Wo wir gerade bei Lagerfeuer sind, Holzbindel sollte man auch immer dabei haben. Außerdem kann das nicht schaden, wenn man immer eine Fee dabei hat. Die findet man an den Feenquellen. Dorians sind das beste Obst zum Kochen. Die füllen nun nicht die kompletten Herzen auf, sondern geben noch gelbe Herzen dazu. Und diese findet man nordöstlich vom Firon-Turm oder auf dem Sartori-Berg.